Carmen Kroll, bekannt als Karmuschka, erwartet ihr zweites Baby und lüftet jetzt das Geschlecht. Auf Instagram teilt sie ein Video, in dem sie ihr Mann Niklas und Tochter Mathilda eine Leinwand bemalen. Am Ende des Videos strahlt die Leinwand in verschiedenen Rosatönen. Stolz schreibt Karmuschka Babygirl darauf. Niklas und Carmen bekommen also ein zweites Mädchen. Dieser besondere Moment wird von emotionalen Worten begleitet. Carmen hofft, dass das ungeborene Baby die Stimme seiner großen Schwester und die Liebe des Vaters spürt. Die Fans sind berührt und überschütten das Paar mit Herzchen und Glückwünschen. Der Weg zur zweiten Schwangerschaft war für Carmen nicht leicht. Nach Mathildas Geburt wünschte sich die Influencerin lange Zeit ein weiteres Kind. Umso größer war die Freude, als sie im Juni ihre Schwangerschaft verkünden konnte. Trotz ihrer Freude gesteht Carmen auch Ängste, möchte aber positiv bleiben.